Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shadow Warrior 2, meine Damen und Herren. Das hier ist Yorle und Yorle wird Ihnen jetzt etwas erzählen. Was? Wo? Wo ist Yorle? Keine Ahnung. Ahaha, du bist selber Yorle. Ahaha, ich habe Sachen gemacht. Was denn? Mit meinen Waffen. Also, also das Ding hier, das kennt ihr ja, ne? Das ist das Blitz-Dings, ne? Und dann gibt's den Bogen nach wie vor, ne? Und dann haben wir auch die Feuerwaffe, Schnellfeuerwaffe. Sehr gut. Dann, demnächst gibt's eine Säurisch-Rot, ja, meine Damen und Herren. Und ich habe noch das da. Ja, das sieht ja so ähnlich aus wie das hier. Ja, warte mal, lass ich mal, ich schieße gerade, ne? Hier, jetzt ist sie da, aufgestellt. Hä? Siehst du das? Wie aufgestellt? Warte mal, sie hat sich jetzt so blöd da drin verpackt. Ich mach's doch mal. Ah, jetzt muss ich erst mal nachladen. Hier, die nice Animation. Das ist alles so langsam. Okay. Können wir sie jetzt doch mal, bitte? Danke. Hä, und jetzt? Ja, die würde halt schießen. Ja, aber das ist ein Granatwerfer. Also, erstens? Mega krass, hä, was? Ich habe gerade keine andere Feuerwaffe. Weißt du, also ich würde es ja gerne mit einer Schnellfeuerwaffe machen. Habe ich aber gar nicht. Ja, also, aber die Granaten werden doch nicht treffen, wahrscheinlich. Doch, ich meine, das sind Granaten. Ja, die fliegen dann vorbei und dann landen sie irgendwo dahinter. Ich meine, wir konnten auch so genau testen, ne? Ich finde die Waffe jetzt dazu auch nicht so optimal, ja? Aber, das wird schon irgendwie gehen. Wenn man richtig viel Action ist, einfach rein in die Masse, das Ding platzieren. Das hat mir immer sehr geholfen. Wollen wir los? Was müssen wir machen? Wir müssen jetzt mit Smith? Achso, wir müssen hier hoch. Nee, wir müssen nicht hier hoch. Wir müssen da lang. Mit Macht auf Smith. Stimmt, okay. Also, erst mal was sammeln. Was muss getan werden? Na, wir haben doch jetzt den Schüler gerettet. Ja, den Dojo-Kid. Richtig. Oh, hallo. Nein. Mann, Wang. Engel, Wang mit seinen Wang-Witzen, ne? Du hattest Wang. Tödliches Projektil, das sämtliche Ziele aus seinem Weg durchschlägt. Ähm, bei jeder Waffe, oder was? Ich verstehe das nicht. Tödliches, ja, das kann die Gegner einem durchschlagen, das weiß ich nicht. Wo macht das Sinn? Vielleicht bei der Schrot, oder so, oder? Ja, aber das ist ja ein Skill. Was? Nee. Nee. War das ein Upgrade? Ja. Nee. Achso, doch. Auf seinem Weg durchschlägt. Das geht denn für alle Projektile? Ich meine, wir haben schon einen Punkt drin, das ist schon. Ich mache einen zweiten Punkt rein, so. Ja, könnte man eigentlich machen, ne? Komm, machen wir mal. Mal gucken, ob das wirklich was tut. Ein Punkt geht. Hab ich irgendwas geändert? Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... die Eiskeulen noch krasser gemacht. Also, um jetzt mal ganz kurz einen Wert zu nennen. Die Eiskeulen machen... 122... Und noch diese ganzen Eis-Sachen dazu. Also, die sind richtig krass. Die sind richtig krass. Also, die sind... Aber wenn man jetzt das hier aufladen will, diesen... Und umschlagt, das dauert auch eine Minute. Guck. Das ist von Waffe zu Waffe eh unterschiedlich. Ja, und die Waffe dauert halt länger, ne? Okay. Ich bin bereit. Anstehende Mission drücke I. Was? Jetzt haben wir noch die Hauptmission, oder? Ach nee, Ach, Hideo hat was für uns. Hideo. 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 Hideo, was geht? Hideo. 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 Was hat der jetzt für ein Problem? Waffen sind gestohlen worden oder fehlen oder was? Ähm, finde den Heeler Saito und finde heraus, was er über die Schriftrollen von Smiths Großvater weiß. Ah. Keine Ahnung. Du hast immer noch Blut im Gesicht, ne? Das sieht voll merkwürdig. Ja, ich bin halt ein richtig krasser Macker. Das hatte er schon vor der Pause voll... Okay, dann nimm mal Ander von Hideo. Ja, ich hab's angenommen und dann würde ich sagen, äh... Machen wir das. Dann such gleich mal raus. Schwing-a-ding-ding, schwing-a-ding-ding, weil wir nie die Hauptmission machen, ne? Aber ist okay. Naja, das gehört dazu. Nih, das gehört dazu, nicht die Story-Mission zu machen. Das soll auch mal was, äh, dass wir auch die Nebenaufgaben machen. Ich weiß doch. Ich bin... Ich würde das genauso machen, auch immer. Ich bin immer erst der Nebenmissions-Beendungs-Mensch. Klar. Das ist genauso wie bei Rollenspielen, weißt du? Da ist rechts der Weg, da geh ich links lang. Ja, genau. Ganz genau. Ja, ist überall. Das ist nicht nur bei Rollenspielen so. Ja, das stimmt. Stimmt. Ich wollte das jetzt auch nicht auf die Rollenspiele fest... festlegen. Drücke X um den Griff der Finsternis-Zauber zu wirken. Die Kraft, die Gegner auf... Okay. Oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt sind wir wieder in der Stadt. Die mag ich nicht so gerne, ne? Ah, die Stadt finde ich ganz gut. Du findest die ganz gut, ich finde die nicht so gut. Sci-Fi. Ah, das sind immer die dicken Murmeln, ne? Die sind gemein. Okay, Pinda. Unterhaltung. Oh, Gespräch. Gespräch, ja. Das ist nicht so gut. Ich bin ein Idealist auf dem Disableren. Was hast du gegen Idealist, also? Ja, dann bin ich nein. Ich bin sehr alt. Ich bin zu alt, um zu glauben in Sachen zu glauben. Smith ist ein Idealist und... Gees. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Es ist wahrscheinlich ein langes Horn. Die Schäuze sind die Schäuze, die sich selbst verletzieren. Geräusche? Du kennst, dass seine Schüler sind grob, oder? Sie sind Orphans. Er gibt alles für sie. die lieben sich ja die lieben sich ist gerade mit der action ein bisschen doof ja okay ja gut war jetzt auch nicht so viel inhalt drin oder das geht ja und die lieben sich voll wo kommst du mir ich mach mal von hier oben aus mit der neue waffe ausprobieren verletzt man durch eis pack sie hin wang wang alter will das nicht oder wie aber der ist der ist der ist immun gegen feuer oder widerstandsfähiger wang packt die langwische ja doch sie schießt ja stimmt ich habe ja noch so ein amulett skill jetzt ne das habe ich noch gar nicht gezeigt guck die granaten fliegen nämlich an den gegnern vorbei und explodieren damit nichts das ist ja das ist zwar cool vielleicht ist jetzt nicht dafür so vorgesehen aber die wird schon ein bisschen was machen äh verletzt man durch die gier eingefroren geil soo huu dann kann ich ja mal erzählen dass ich ja jetzt noch so ein amulett drin habe ne so ein richtig abgefahrenes amulett und zwar was kann denn das naja und zwar kann ich keine ähm health kits mehr aufnehmen ach das aber dafür kostet mich die chi heilung aber auch nix mehr das ich dachte mir die kostet dich nix ja die kostet ich kann mich jetzt immer heilen also what aber halt mit chi dauert vielleicht ein bisschen länger aber das kostet aber was nein das kostet halt chi nein dafür bringen aber auch die medikits nichts mehr also medikits wie geil ist das denn ich will das auch haben die medikits bringen nichts mehr bei mir dafür nur noch chi heilung aber die kostenlos ja aber das ist ja total op voll geil ne du kannst dich ja immer heilen jetzt ja quasi immer aber dafür gibt es keine schnelle heilung für mich ne wenn es mal knüppeldicke kommt dann naja das ist ja total das ist ja auch da hast du zwischen den folgen hast du mir davon erzählt ich hab das irgendwie falsch verstanden das ist ja total op weißt du was ich gesagt hab meh 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 ja da hab ich das komplett falsch verstanden oh hier sind noch Kisten und so wieso gehst du denn schon weiter ich wollte die Kiste oben haben oh god oh god oh god ja ich mach mir fast gar keinen Schaden mit wo ist denn hier meine gib her weg W physician oh jetzt nicht estou nachladen Dicke ich höre es also langsam Weng die muss treffen pack sie hin okay alter okay sie trifft wirklich wie gut aber wenn du erstmal deine Waffe hast die du rein tun kannst dann ist ja gut deja ich dank sie jetzt mit Oh, wo ist der hin? Wo, 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 wo! Wo, 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 wo! Was ist denn der anfällig? Gar nix. Der ist nicht besonders ... Okay, ich muss mich mal heilen. Umsonst! Nimm das Buch mit! Das ist so wichtig jetzt beim Kampf. Oh nein! Ahhhh! Mann ey, wenn das immer so viel wäre, dann fängt das hier an. zu ruckeln, ohne Witz. Äi, äi, äi. Äh, wo ist die hin? Nein, vorbei! Oh, scheiße. Oh! Ey, der hält ganz schön viel aus, du. Und die Granate ist schon wieder vorbeigeflogen? Das ist so gut. Ich kann mich echt immer vollheilen. Willst du das auch haben? Ja, ich würde es dir ja gerne geben. Nein, du sollst es ja selber auch haben. Oh. Vielleicht gibt es irgendwann so einen Perk, dass ich dir Heilungen mitgebe oder so. Äh, also so ein... Oh, 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 oh. Bedehung. Ich sehe nichts mehr. Wo sind die denn da? Sag mal, kackt der diese Fliegedingel aus? Ich habe keine Ahnung. Können wir die mal langsam? Oh, der hält aber auch was aus, du. Warte mal, Kastlaschen, Kastlaschen. Ja! Er ist ganz schön pisst, glaube ich. Oh, nicht du. Hau ab. Ich habe jetzt zu tun. Oh. Er ist tot. Strom macht viel mehr Schade an ihm, merke ich gerade jetzt erst. Okay. Oh. Sag mal, wie viel wollen die denn noch? Es hört nicht auf, ne? Hä? Das war mein... Ah, wir haben jetzt den Skill mit dem nach hinten. Wie, mit dem nach hinten? Was, echt jetzt? Ja! Ja! Ja, endlich! Endlich geht das. Pass auf. Und... Das ist so gut mit dem S. Ja, geil. Tag! Du musst immer ein bisschen höher zielen, ne? Das, ähm... Das Ding... ...ist niedriger, als man denkt. Was redest du denn da, Jorle? Ich meine mit dem S-Skill. S und dann rückwärts laufen, beim Schwert. Ja. Du musst ein bisschen höher zielen, wollte ich nur sagen. Ja. Na gut. Ich glaube dir mal. Unten sind irgendwelche Sachen. Hier ist noch eine Kiste irgendwo, die über uns. Äh... Das wäre jetzt egal. Ich bin oben. Boah, du bist ja krass. Oh, Schaufensterpuppen. Wie ist das hier mal? Mit Booty. Äh, was? Kiste? Ach, da. Boah. Haben sie diese Kiste schon? Ja, soeben eingesammelt. Und unten sind auch noch Kisten. Hier gibt es immer so viel. Haben sie diese Kiste schon? Das ist immer so farbenfroh hier. Aber ich finde das ganz hübsch. So farbenfroh. Zur Abwechslung. Ich meine, wann hatten wir zuletzt mal die Stadt? Nie. Wir hatten die einmal am Anfang. Aber die wird jetzt auch häufiger kommen, glaube ich. Oh, nein. Nein, ist doch gut. Ja, ist okay. So, wohin? Das muss ich noch einsammeln. Fischi. Was denn? Mann. Hier ist noch eine Kiste irgendwo. Wo sind denn die ganzen blöden Kisten? Hier. Den, 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 den. Hier ist auch noch eine. Hola, señora. Hola. Wo bist denn du? Was? Was machst denn du? Wo bist du? Ich bin genau neben dir. Ich suche noch einen. Ja, eine Kiste habe ich jetzt nicht gefunden. Scheiße, der Hund drauf. Hier ist ein Upgrade, was ich nicht einsammeln kann. Hier ist eine Kiste. Haben Sie diese Kiste schon? Wuhu, nee. Dann nehmen sie sich die. Oh, ja. Und gehen gleich weiter zur nächsten Kiste. Upgrade. Habe ich auch. Kiste. Oh, Boss. Da ist ein Boss. Und das an der Kiste. Guck erst, was er kann und macht. Bevor du ihn angreifst, bitte. Ja, ist gut. Draußen ist eine Kiste auf dem Balkon. Warst du da schon? Hier sind dann dauernd überall Kisten. Der Boss. Widerstand gegen Eis. Immun gegen Kräfte. Keine Anfälligkeiten. Ich kotze im Strahl. Mal testen jetzt hier. Ui. Verletz mal durch Feuer. Bracarimi. Das war bei uns. Oh, ich komme untergefallen. Nein, das war so dämlich. 167. Oh. Ey, ich muss mich mal heilen. Und hier ist an der Kiste. Sag mal, wie war das mit dem... 135. Oh, jetzt, Wang, lag doch nicht diese Knarre nach. Kannst du das früher machen? Stell sie hin. Wang. Fischi, ich komme. Ey, ich helfe dir. Danke. Geil. Los. Boss lebt noch. Scheiße. Oh, er kommt. Oh nein. Okay, wir können... Kein Schade an ihm machen. Wie heißt der? Einheit 64 Kommodore? Ja. Anscheinend. Was ist das denn? Okay, was haben die? Oh, ich weiß es nicht. Widerstandsfähig gegen Elektrizität. Ah. Gift. Gift. Du hast eine Shotgun mit Gift. Nein, ich habe den Explosivbogen mit Gift. Aber es... Ach, nee, der ist jetzt... Ach, der ist ja jetzt Eis. Scheiße. Ah, macht nichts. Vielleicht friere ich die... Oh nein, dein Hintern war im... Voll im Schussfeld. Hihi. So, der will Gift haben, hat er gesagt. Ah, okay. Okay. Passt du zu? Widerstandsfähig gegen Gift. Na toll. Dann bist du jetzt... Ach, der lebt noch. Okay. Äh, String. Kennst du dich jetzt mal bitte? Hallo. Ja, natürlich. Portet dich einfach, du mieses Dreckstück. Widerstandsfähig gegen Eis. Ist egal. Ja, dann mach doch mal Feuer. Vielleicht frisst er ja Feuer gerne. Mach ich doch. Aber jetzt ist er gleich tot. Er ist ja schon gleich hier. Geschichte. Eine neue Waffe. Was? Hand des Kaisers. Oh. Und Skilbers. Hand des Kaisers, oh ja. Donnerschlag. Verbessert die Eigenschaften. Elektrische Upgrades, genau. Darauf werde ich mich übrigens spezialisieren. Auf Electricität. Hand des Kaisers. Hm. So, okay. Waffe. Hand des Kaisers. Ach so, ja, ich kenn die. Oh, die Dame kennt die. Ja, ja. Ich kenn doch die meisten. Ich kenn doch die meisten. Ach so, Elektrizität braucht er gar nicht mehr. Er ist ja schon auf 100. Ja, aber dann bringt das doch noch mehr, oder nicht? Man könnte einen Doppelkern reinhauen bei dem. Warte mal. Du kannst ja zum Beispiel auch reintun, dass er die, ähm, die Essenz-Sache verstärkt. You know? Wo hat denn der die jetzt gerade hingepackt? Ausgerüstet? Nee, ist alles gut. Okay, das ist die, die 6. Genau. 126 macht die von mir. 100, was? 126? Also ich hab jetzt noch zwei, ich hab jetzt noch zwei Sachen reingetan, ne? Ja. Oh, geil. Kann nicht entfernt werden, ja, ist halt ne, ne, Stromwaffe. Ich hab aber den Radius noch ein bisschen verändert. Ach, das wird ganz nice. Also, ich hab jetzt, ich hab jetzt ne Stromnahrkampfwaffe und ne Stromnahrkampfwaffe. Ich hab zwei Feuerfernkampfwaffen. Ich hab eine, äh, eine Eisfernkampfwaffe und eine Eisnahrkampfwaffe. Ich hab aber nur eine Giftnahrkampfwaffe. Ich hätte gerne noch einen Giftnahrkampfwaffe. Ach je, jetzt geht's auch los. Jetzt hab ich sehr oft Waffe gesagt. Ja, du, wir müssen irgendwie hoch. Unser Ziel ist oben. Ja, ich bin dabei. Warte mal, hier ist noch irgendwo... 27 Meter. Meter heißt das. Meter. Meter. Wo ist denn... Äh... Ist irgendwo noch ne Kiste? Warte mal, der Weg sagt hier lang. Ja, es gibt wahrscheinlich... Hm, hm. Ich will hier nicht alleine lang. Ja, dann komm ran hier auf den Meter. Haben sie diese Kiste unten? Wieso bist du denn unter uns? Das ist nicht so schlimm. Hier. Die Level sind doch immer so... Wie sie wollen. Ich wollte gerade kein anderes Wort dafür. Aber wir müssen hier wirklich hoch. Ja, ich wollte. Oh, oh, oh. Okay. Macht das überhaupt... Schaden? Oh, geht so, ne? Ja, es geht so. Das müsste ja prinzipiell eine AOE-Waffe sein. Aber irgendwie wird es nicht, ne? Nicht so... Nicht so geil. Nicht so geil. Ich glaube, die hier essen gerne Feuer. Verletzbar durch Strom. Okay. Ich glaube, die hier wollen gerne Strom. Oh ja. Ja doch, der grillt ein bisschen jetzt. Oh ja. Ich kann jetzt dadurch, dass ich mich ja kostenlos heile, endlich ja auch mal ein paar Skates ausprobieren. Hier sind die ganzen Kräfte. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Mach nichts. Kommst du mir hoch. Wie denn? Hey, die gibt's nicht. Ach, hier. Ja, wo ist er? Oh, 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 oh. Okay. Moha. Dolle? Ja? Freu dich nicht zu früh. Die Folge ist schon vorbei. Nee, Moment. Komm doch, Mann. Nein, die Folge ist ja vorbei. Na gut, Indy. Dann muss ichul. Vielen Dank fürs Zuschauen und schalten Sie nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Shadow Warrior 2. Tschüss! 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 So, und da geht's weiter, weil wir haben verpennt. Die Session ist bald zu Ende und wir müssen irgendwie speichern. Also hängen wir jetzt noch mal fünf Minuten dran. Ja, so lange bis wir hier die Sache gemacht haben. Hallo! Oh Gott! So, wo soll das sein? 100? Komm, Fischi! Wir nehmen die Beine in die Hand jetzt ein bisschen. Jetzt, jetzt rusht sie. Das Problem ist jetzt, weil ich weiß nicht genau, ob sich das jetzt wirklich abspeichert. Ja, aber das müssen wir speichern, das ist so eine Sache. Wir können nicht speichern, Leute, und deswegen müssen wir das jetzt zu Ende spielen, weil ich hab eigentlich keine Zeit mehr und, oh mein Gott, es kommt alles, es kommt so viel. Warte, 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 das zählt. Was, 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 was? It's wrong. It's wrong, it's wrong in Richtung. Hä? Wie schickt der uns denn? Okay, hier lang. Habe ich verstanden. Nehmen sie die Treppe natürlich im Science Fiction-Alter, nehmen wir gerne auch mal die Treppe. Oh! Oh nee, hier sind wir entgegenomen. Wie schnell die Halle ist, ey. Wie macht sie das nur? Geil, ne? Bin da. Kommst du? Also hier hätten wir normalerweise jetzt auch nicht mehr gekämpft. Natürlich. Mach's doch mal auf, du bist ja auf. Ich hab schon gedrückt. Achso. Jetzt geht weg. Wir haben zu tun. Okay, durch, Fischi. Durch. Wie durch? Ja, durch. Wie durch? Wohin denn durch? Ach, da durch. Oh, Kisten. Die nehmen wir da ab. Für die nehme ich mir die Zeit. Hallo, Kisten. Ah, hier hinten. Wupp. Das ist der Arm. Nein. Oh. Oh, Wang, Alter. Das ist irgendwann nochmal. Wang. Jetzt schrei nicht an, er kann auch nichts machen. Ich komm da nicht hoch, ne? Oh, okay. Oh, Gott, oh, Gott. Wer macht da so viel Schaden gerade? Was können die? Können Menge. Nein, Wang. Falsche Waffe. Der Idiot. Wang. You hit the Wang. Dick, ja, schon wieder nicht nachgeladen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab halt Doppelschuss auf der Waffe und deswegen hat die nur so wenig Schuss. Ah, sehr schön. Oh. Guck mal, wer tot ist. Hä? Ist sie, ist sie, ist sie, ist sie tot? Ist sie, ist sie, ist er tot? Ja. Hier kommt schon die Polizei. Wir sind so, weil wir so scheiße geil sind. Wir haben's. Das ging schnell. Das ging zu schnell. Aber es tut uns sehr, sehr leid, Leute. Das ist jetzt nur ne Ausnahme. Wir werden natürlich in den nächsten Folgen weiter schön alles mitnehmen. Normalerweise hätten wir uns zwar jetzt geschnetzelt. Natürlich hätten wir das. Das machen wir jetzt nur, weil wir tatsächlich aufhören für die heutige Session. Die Session. Wie schon angekündigt. Hallo. Und der Fischi muss nämlich gleich in den Stream. Ja. Also falls ihr euch erinnert, wir haben dann jetzt gleich die ganzen Kartenpakete aufgemacht für Streets of Gansitan. Uh. Uh. Ah. Vielleicht gucke ich da sogar mal rein gleich. Ja, macht das doch. Oh, hier sind noch sehr viele Kisten. Ja, wir können es ja jetzt noch kurz mitnehmen. Was wir mitnehmen können. Ja, aber wir haben, ich glaube, wir haben auch ziemlich viel Karma jetzt dadurch verpasst, dass wir halt nicht gekämpft haben, ne? Ja, meine Güte. Scheiße, unfrau. Das ist so ne Sache. Aber wir sind ja hart in dem. Wir sind doch eh, wir sind ja voll OP. Was wollen die denn? Okay, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Na, wir müssen jetzt erstmal wieder zurückteleportieren. Ach so. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Uah. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, voll geil. Ja, voll geil. Ja, Mann. Und zwei. Tschüss. 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 Tschüss.